Du bist doch so... Ja und? Du machst doch mal selber was. So, komm mal ran hier. Hey, schmeiß doch so! Hier steht hier voll verschiedene Bilder. Das sind jeweils Ferien auf. Die kommen vor der Testung von der UVV. Das müsst ihr mir dann sagen. Ihr habt andere Testungen die Zeit dafür. Und dann geht die Zeit los. Ne? Und los. Oh mein! ... da ist, dass man ja nicht mehr Klose machen muss. Ja. Ich hab mal ganz drauf. 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 Ja. Und vier. Sehr schön. Ganz schön. Bei fünf, der wird analogisch in Dürfen befindet. Bei zehn, da hat keiner nichts. 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 Bei neun, das ist nichts. Bei zehn, da hat keiner die Schöne drin. Richtig. Die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne… Die Brüder! Und stopp, habt ihr schon gesagt. 9 Punkte.